Syrien. Waffen statt Worte. Im Gespräch der außenpolitische Sprecher der CDU, Philipp Missfelder. Herr Missfelder, nehmen wir mal an, beide Vermutungen erhärten sich. Es hat einen Giftgaseinsatz zweifelsfrei gegeben und das syrische Regime unter Präsident Assad ist dafür verantwortlich. Was muss dann passieren? Das ist immer eine schwierige Frage. Ich glaube, man hat sich dadurch, dass man schon sehr lange gewartet hat, in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viele Optionen beraubt. Denn zum Beispiel eine Unterstützung der Opposition, eine breitere Unterstützung der Opposition ist schwieriger geworden, weil es die Opposition in dem Sinne nicht mehr gibt, sondern das ist eine ganz verschrobene Form von Gruppierung. Man kann da nicht sagen, dass die einen gut sind und die anderen böse, sondern es geht sehr durcheinander. Vor einigen Tagen hatte man ja noch den Eindruck, es könne gar nicht schnell genug gehen mit einer Lektion des Westens für Syrien. Woran liegt das, dass jetzt nicht nur Deutschland mehr auf Diplomatie zu setzen scheint? Also eins sieht man ganz deutlich an der Diskussion ja vor allem in Großbritannien, dass der Irakkrieg und auch der Einsatz in Afghanistan nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen ist und dass auch Mächte, die sonst schnell dabei sind mit Militäreinsätzen, sehr, sehr zurückhaltend agieren und vorsichtig sind mit Aktionen. Und das ist jetzt in dem Sinne ja kein Nachteil, finde ich. Das ist bedauerlich, dass auch dort natürlich öffentlich Missverständnisse entstehen können, aber es ist in der Tat nicht so, dass ich das als Rückstritt empfinde, sondern eher als Fortschritt. Also ich bin prinzipiell der Meinung, dass es gut ist, wenn man vorsichtiger ist mit Militäraktionen. Deutschland hat sich ja bei seiner Enthaltung im Libyen-Konflikt ziemlich viel Kritik anhören müssen. Deutschland sagt auch jetzt, militärische Aktionen und Beteiligung kommt nicht in Frage. Drücken wir uns vor unserer Verantwortung? Es gibt in Deutschland eine sehr breite öffentliche Diskussion, die vollkommen uneinheitlich ist, aber von den meisten Personen immer im gleichen Atemzug vertreten wird. Wenn die Menschen die schrecklichen Bilder, egal von welchem Konflikt auf der Welt sind, wenn wir jetzt hier insbesondere von Syrien sehen, dann sagen sie, man muss doch was tun, es muss doch was geschehen. Und gleichzeitig, wenn die Menschen dann gefragt werden, ja und, was sollen wir machen, sollen wir die Bundeswehr hinschicken, dann sagen die gleichen Menschen, die am Feuer sagen, wie schlimmer es ist, dass man auf gar keinen Fall auf die Idee kommen darf, die Bundeswehr zu entsenden. Und das ist gerade die deutsche Seele. Und ich finde eigentlich beides auch nachvollziehbar. Also nach Afghanistan ist eine sehr große Kriegsmüdigkeit eingetreten bei uns. Und die Menschen überlegen schon, wohin sollen solche Einsätze führen. Und gleichzeitig will man natürlich nicht untätig sein. Und mit diesem Widerspruch leben, glaube ich, die meisten Deutschen gerade innerlich. Kanzlerin Merkel und auch Außenminister Westerwelle haben ja Konsequenzen gefordert. Wie sollen solche Konsequenzen denn aussehen, wenn man von vornherein eine militärische Beteiligung ausschließt? Ich glaube, bei den beiden Äußerungen ging es ja vor allem auch darum, den Verbündeten zu signalisieren, dass wir nicht gegen sie stehen. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir in dieser Debatte nicht die Probleme der UNO zu unseren Problemen machen oder uns selbst dafür verantwortlich erklären. Die UNO selber ist dafür zuständig, einzugreifen. Und die UNO müsste auch ein Mandat beschließen, die sogenannte Responsibility to Protect, also ihrer Schutzverpflichtung gegenüber der Zivilbevölkerung nachzukommen. Das funktioniert nicht wegen der USA oder wie Großbritannien, wegen Frankreich nicht, sondern das funktioniert deshalb nicht, weil Russland und China blockieren. Aber in der Tat ist es natürlich moralisch eine andere und politisch auch eine andere Bewertung, woher diese Ursache der UNO-Blockade natürlich herkommt. Hat die Kanzlerin, hat der Außenminister zu wenig getan, um Russland zur Zurücknahme seiner Blockade zu bewegen? Ich selber hatte häufig die Gelegenheit, dabei zu sein, wenn russische Spitzenpolitiker oder auch chinesische Vertreter mit Frau Merkel oder mit Herrn Westerwelle zusammengekommen sind. Und ich muss insbesondere, was auch den Besuch unserer Kanzlerin in St. Petersburg angeht, wo es ja auch um die Beutekunst ging und andere Fragen, die die Öffentlichkeit sehr beschäftigt haben, sagen, dass sie sich sehr stark daran bemüht hat, Wladimir Putin umzustimmen. Nur das Problem fängt schon damit, ich war auch bei dieser Reise teilweise dabei, ich kann nur sagen, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Wir als Deutsche argumentieren aus dem Mitgefühl, den der syrischen Zivilbevölkerung gegenüber. Die Russen argumentieren aktuell aus, wie ich finde, teilweise sehr zynischen, geopolitischen Haltungen, indem sie sagen, ihr wollt uns, ihr der Westen, wollt uns nur die vorher, die wollt uns den letzten Posten, den wir im Nahen Osten haben, den wollt ihr uns wegnehmen. Und das ist eine Sache, die man natürlich mit großer Sorge sehen muss, dass wir im Grunde aneinander vorbeireden gerade. Die Bundeskanzlerin hat ja auch gerade dazu aufgerufen, die syrischen Flüchtlinge willkommen zu heißen. Die hätten eine ganze Menge durchgemacht. Bedeutet das, dass wir künftig mehr syrische Flüchtlinge aufnehmen als geplant? Ich bin mir sicher, dass wir in Deutschland in der Lage sind, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Bislang ist es ja so, dass wir vor allem mit extrem hohem Aufwand die Flüchtlinge in der Region unterstützen, das heißt in der Türkei, in Kurdistan, im Nordirak, aber auch natürlich in Jordanien, was schon ohne die westliche Hilfe zusammengebrochen wäre durch die Flüchtlingsschwemme. Und ich glaube aber, dass wir als reiche Nationen auch jederzeit in der Lage sind, auf Zeit noch weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Wir sind auch in der moralischen Verpflichtung, das zu tun. Man sollte auch nicht die Flüchtlingsproblematik vermengen mit anderen Fragen. Es geht ja nicht um Leute, die sich Asyl erschleichen wollen, sondern es geht um Menschen, die wirklich verfolgt sind und unsere Unterstützung und Solidarität brauchen. Die Türkei will sich als eine der wenigen Nationen an einem Militärschlag gegen Syrien beteiligen. Nun haben die Deutschen dort Patriot-Abwehrraketen stehen und auch deutsche Soldaten an der syrisch-türkischen Grenze. Besteht da die Gefahr für die Deutschen, dass sie da mit reingezogen werden in den Konflikt Ihrer Ansicht nach? Ja, es gibt auch rechtliche Auffassungen in unseren eigenen Reihen, die sagen, dass wenn die Türkei tatsächlich in eine Intervention einbezogen wäre, auch sich unser Mandat, der Charakter unseres Mandatssichts verändert. Bislang ist es ja so, dass das Bundestagsmandat auf den rein defensiven Bereich ausgerichtet ist. Ich finde das auch richtig so, dass wenn ein NATO-Partner uns um Hilfe bittet, und die Türkei ist unser Verbündeter und wichtiger Verbündeter, dass wir ihm dann auch solidarisch helfen und es sind ja rein defensive Maßnahmen, die sind. Das wäre, würde im Übrigen auch Hilfe für andere Länder, Israel zum Beispiel, auch gut begründen, dass wir sagen, wir leisten einen defensiven Beitrag, um unsere Verbündeten zu schützen. Aber die rechtliche Frage ist eben dann schon, ob das jetzige Bundestagsmandat dann dafür ausreicht. Ich würde es politisch aber auf keinen Fall als eine, ja, als einen Teilhaber an einer Intervention definieren. Das wäre dann wirklich haarspalterisch und wäre auch falsch. Man kann Freunden und Verbündeten nicht die Unterstützung verwergern in seiner solchen Situation. Sie haben das Stichwort Israel eben schon mal angesprochen. Sollte es zum Beispiel Vergeltungsschläge aus Syrien gegen Israel geben, wie sieht es da mit der deutschen Unterstützung aus? Wir sind definitiv verpflichtet, moralisch verpflichtet, aber auch aufgrund unserer politischen Ausrichtung im Nahen Osten Israel zur Seite zu stehen. Sollte Israel angegriffen werden, ist es gar keine Frage, dass wir alles tun, was notwendig ist, um Israel zu schützen. Allerdings ist es da auch eine Frage der Fähigkeiten, weil Israel hat eine sehr starke Militärmacht. Auch die USA unterstützen Israel sehr stark. Es ist dann auch immer die Frage, was überhaupt von uns angefordert wird. Aber ich kann hier sagen, dass wenn es um die Sicherheit Israels ginge, wir werden alles tun, was notwendig ist, um Israel zu schützen. Von ABC-Ausrüstung bis hin zu Flugfähigkeiten. Aber es wird ein sehr begrenzter Beitrag sein, weil Israel viel besser ausgerüstet ist als wir beispielsweise. Präsident Obama hat ja angedeutet, er wolle keinen Regimewechsel, er wolle auch keine Flugverbotszone oder Bodentropfen da reinschicken. Schon mal gar nicht. Was will man denn mit einer so begrenzten Aktion eigentlich erreichen, im Denkzettel? Das verstehe ich eben auch nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch etwas ratlos, wenn ich die öffentlichen Äußerungen zum Teil lese oder höre. Und ich finde da auch einen gewissen Widerspruch drin. Also die Ankündigung einer sehr begrenzten, es wurde ja auch zum Teil von chirurgischen Eingriffen gesprochen, einer sehr begrenzten Aktion kann ja auch nur dann etwas bringen, wenn es eine mögliche Abschreckungswirkung hat. Also Abstrafung alleine bringt ja nur etwas, wenn es Abschreckung gleichzeitig auslöst. Und das ist eben die Frage, inwiefern das möglich ist. Muss dann nicht der Angriff so massiv sein, dass das Risiko groß ist, dass viele Zivilisten mit reingezogen werden, Unbeteiligte? Oder ist es nicht dann auch so, dass wir vor der Herausforderung stehen, dass wir uns generell fragen müssen, wem spielt das nachher eigentlich in die Hände? Und da komme ich dann wieder zur Opposition zurück, die wir auch nicht zu 100 Prozent unterstützen sollten. Wenn Sie über das Gewaltverbot der UN-Charta nachdenken, die ist ja ziemlich absolut gesetzt, dieses Gewaltverbot. Ist es denn nicht trotzdem sinnvoll, darüber nachzudenken, wenn der Sicherheitsrat in solchen Situationen wie jetzt komplett blockiert ist und damit ja auch ausfällt, was Entscheidungen angeht, dass man den umgeht? Das Völkerrecht entwickelt sich ja ständig weiter. Das ist ja auch der Unterschied zu den Rechtsformen, die wir in Deutschland haben. Gut, das entwickelt sich auch weiter, aber es ist sehr, sehr stark vom Fall abhängig und nicht nur vom Text, der geschrieben steht. Aber es ist mir auch nicht egal, was das Völkerrecht sagt. Also ich finde, dass es natürlich Situationen gab wie Kosovo, wo wir auch in einer moralischen Verpflichtung waren, wissentlich das Völkerrecht zu brechen, gleichzeitig zu sagen, man macht dies, um die Menschen zu schützen. Aber aus dieser Intervention ist ja diese sogenannte Responsibility to Protect entstanden, dass man sagt, wir wollen, dass die UNO eingreift. Die Weltpolizei soll nicht die USA sein, sondern die UNO. Leider kommt die UNO dem nicht entgegen. Und ich würde halt mehr Zeit darauf verwenden, darüber zu reden, warum wir eigentlich so wenig Vertrauen in Russland haben, warum wir China und Russland so gegen uns stehen haben und warum der Westen und der alte Block sich insofern so konfrontativ gegenüberstehen. Wir können ja wieder mal konstatieren, dass die Europäer sich nicht auf eine gemeinsame Position in dieser Krise einigen können. Schwächt das die Europäische Union wieder mal? Ja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir in Europa schneller zu einer einheitlichen außenpolitischen Linie kommen könnten. Allerdings muss man sagen, gerade die zurückliegende Woche hat ja so viele Wendungen mit sich gebracht. Also die einseitige Erklärung von engen Verbündeten von uns, etwas machen zu wollen, dann der Stopp Camerons im eigenen Parlament. Das sind natürlich Wendungen, die man so auch nicht voraussehen kann. Und wenn wir uns stärker koordinieren würden, bevor öffentliche Vorlautbarungen ausgegeben werden, wäre das natürlich besser. Also es liegt an den Nationalstaaten in Europa selbst, wie stark Brüssel ist. Man kann nicht aus Brüssel befehlen, dass man eine einheitliche Meinung bekommt. Das wird sowieso nicht funktionieren. Aber man sollte sich besser beraten, abstimmen, gerade was auch öffentliche Äußerungen angeht. Ich glaube, das war auch zum Teil sehr voreilig, was diese Woche zum Teil geäußert worden ist. Weil man ja letztendlich sieht, dass die meisten Länder, die Krieg führen, sehr kriegsmüde geworden sind und auch keine Lust haben, in einen neuen Konflikt hineingezogen zu werden. Herr Missfelder, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.